Hallo, ich bin Uta. Ich bin vom Team ELMA. ELMA steht für Eat, Learn, Move and Be Aware. Und mit unserem Projekt sind wir im Moment an einer Zürcher Primarschule. Unter anderem kochen wir mittags mit den Kindern in einem Küchenkrank. Leider ist unser Projekt wegen des Coronavirus unterbrochen. Und wir haben uns überlegt, dass wir zu euch nach Hause kommen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was der Luca für uns im Truck vorbereitet hat. Hallo miteinander, ich bin der Luca und ich arbeite in Tibbets und ihr kocht heute mit mir. So, jetzt kochen wir Dahl mit Blattspinat und dazu gibt es Pasmati-Reis. E-Mobile, E-Mobile. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.